Und wir sind wieder hier bei Gears of War Judgment. Kilo, aufgepasst! Sie versuchen durch die Türen zu brechen! Ja, wir müssen sie daran hindern. Hochwertiges Zeig! Jawohl. So was mag ich. Schotflinte als Zweitwaffe ist immer was geiles. Schauen wir mal wieder die Alternativ-Mission an. Äh, Lumis Bericht beinhaltet keine Informationen über die Durchstabratzen und Verletzungen beeinträchtigt die Sicht des Kilo-Trups. Er ließ in der Schaden beeinträchtigt die Sicht. Gleich haben wir es, Kilo! Der! Ihr fällten doch noch sterben! Zielt genau und bleibt sonst in Deckung! Zeigt euch nur, wenn es unbedingt sein muss! Zielt genau und bleiben! Ich brauche die Stuttgart! Wir antworten nicht! ... ... ... ... ... ... ... ... ... So, wieder aktivieren. Das hilft schon ein bisschen weiter. Aber wir werden auch von drüben beschossen. Ah, was haben wir denn da? Ich nenne es den Friedenstifter. Das war überhaupt nichts. Ein bisschen schauen. Das war jetzt eine miese Tat von mir selbst. Ich wollte das Loch sprengen, aber... Vielleicht pisst ich. Ich habe genau einen Schuss. Komm her, zeig dich mal. Die ist leer. Okay, muss ich wieder auf dem Land sein. Jawohl. Fist das. Bleib liegen. Gut. Wir kriegen den auch. Mal schauen. Ich habe da dieses Gears of War Zeichen gesehen. Irgendwo wird da was liegen. Ein Abzeichen. Wir werden es finden. Da ist es. Und ein Erfolg freigeschalten. Schön. Munition brauche ich dabei keine. Okay. Okay. Wir sind fast da, Kilo. Im Laufschritt. Ja, laufe schon. Was ist denn das? Ein Generator. Hoppla. So. Ein bisschen Umschauen schadet nie. Du Baram. Sie ist zwar wirklich durchschlagskräftig, aber... Mit der begrenzten Munitionanzahl ist dann wieder genauer negativ. Wenn du nach jedem zweiten Schuss wieder nachladen musst. Was erwartet uns wohl hinter dieser Tür? Demavieren. Okay. Bereits umschuld. Bereits tot. Okay. Ich will so Deckung gehen. Nächstes Ziel suchen. Okay, da ist irgendein Flammenwerfer-Typ da. Ja, den ersten haben wir einmal erwischt. Der nächste liegt im Staub. Jawohl. Jawohl. Wenn ich mal treffen würde, wäre das jetzt schon mal schön. Ah, verdammt noch einer. Goal, bitte hilf mir. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Wo ist denn dieser Kerl? Das ist ein bisschen... Unübersichtlich gewesen. Nein, du bist doch. Schön würde ich das ja nicht nennen, aber... Geschafft ist geschafft. War irgendwie jetzt nicht so optimal vom Kämpfen her. Ein paar Mal am Boden gelegen. Aber es ist ein bisschen... Wenn man länger nicht spielt, ein paar Tage muss man sich ein bisschen eingewöhnen. Ich schaue mir gerne alle Sachen an. Die Liebe liegt immer im Detail. So. Ah, das ist schon der Ausgang. Aber diesmal nicht wirklich gut abgeschnitten, aber zwei Sterne sind es geworden. Drei Mal bin ich am Boden gelegen. Alles, was von Loomis großer Strategie übrig ist. Was sieht hier nur Tote? Was ist das für eine Strategie? Selbstmord. Die einzige Lösung. Ah, da hängen die ganzen... Koop-Zeichen. Wir können entweder nahe ran oder näher ran. Bitte näher ran. Beides reicht, Baby! Ich sehe es so schlecht, wenn ich weiter weg bin. Also muss ich ganz nahe ran. Das Geräusch von den Generatoren ist ja auch super. Und ich finde auch das Wasser... Die Wasserspiegelung recht hübsch. Mal schauen. Ich sehe es schon. So. Genug Muni. Jetzt geht's auf. Bloodmounds. Das finde ich ja richtig geil. Ich kann nicht... Komm her! Ich kann nicht mehr. Das war's. Oh kacke Ganz schön viel unterwegs Keine Munition mehr Geht er weg So ein Idiot Man darf den eigenen Kameraden nicht im Weg stehen So Da ist noch mehr Munition Da habe ich wieder viel Schuss Jawohl So So Wir kämpfen uns nach vor Jawohl Den haben wir in den Arsch getreten So gehört sich das Ein bisschen wieder schauen Munition aufsammeln In welche Hinweise folgen Dass irgendwo Die Kormacken sind Ja da sehe ich ja wieder was Da ist ja wieder einer Hab sie Also insgesamt sind es 48 Marken Was man kriegen kann Und weiter geht's Und weiter geht's Jetzt haben wir die vollen drei Bänder Und kein einziges Mal Am Boden gelegt Die Kormacken sind Die Kormacken sind Sie sind bereit, Miss Alex? Mehr für mich! Und ja, dann irgendwo Granaten waren da auch noch, oder? Retro, Retro, Betolpertrat, Armbrust. Hm. Was ist denn die Vision? So, Colonel Loomis Bericht gibt eindeutig an, dass sämtliche Korb-Munition sicher gelagert wurde. Das Ziel vor der Explosion der Munition in 5 Minuten und 20 Sekunden erreichen. Versagen führt zum Tod. Ist ja das Munitionslager? Ja, es brennt. Das bringt uns nicht sonderlich viel. Deswegen mach ich mir Sorgen. Wir müssen hier weg, bevor es explodiert. Nummer 1 ist tot. Nummer 2 ist tot. Scheiße. Das war knapp. Jawohl, hat den auch erwischt. Wir müssen hier unbedingt weg. Weil wir sonst explodieren werden. Nur, das ist immer die Sache. Okay, sie gehen in den richtigen Weg. Boomer. Aha. Dieser Bastard ist auch hier. Körnel, wo kommt sie denn her? Ich hab die Mannen erledigt, die ich nie übersehen hab. Dreck doch, du Penner. Ja. Ach. Naaah. Woha. Ich krieg mal alle. Ohja. Ja. Das sind nochmal Granaten. Jawohl! Jawohl! Weg mit euch! Jawohl! Abschau! Ich befehle euch, dieses Loch zu schließen! Wie wählen kannst du vielen? Kacke! Jawohl! 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 Ey, das haben wir aber in einer super Zeit geschafft! Hätte ich mir nicht gedacht! Ich kann mich sogar ein bisschen umschauen! Weil irgendwo soll da eh eine Medaille sein! Also so ein Abzeichen! Zwei Minuten habe ich jetzt zum Schauen! Wo ist es denn? Jawohl! Also sowas macht echt Spaß, wenn das so super durchgeht! So! Geschafft haben wir's! Schaut dir einfach echt super aus! So! So! So!